Hallo mein Name ist Sabine Schade und an Ernst Krameri bin ich herangekommen wie die Jungfrau ans Kind. Es ist sehr kurzfristig, dass ich mich entschieden habe auch hier nach St. Moritz zu kommen und es war eine absolut bombensuper Entscheidung. Ich habe hier in 24 Stunden tatsächlich, obwohl ich ganz 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 vieles vorher auch schon wusste, meine Sicht auf mein Leben komplett verändert. Wir hatten eine Stillschweigepause, eine Mittagspause in der ich mich in die Sonne gesetzt habe und mein Superbuch hier befüllt habe, natürlich nicht komplett, und habe festgestellt, so will ich das alles nicht mehr und habe auch schon Geschmäcke dafür, was ich jetzt anstelle dessen möchte. Ich bin jemand, der sehr in Unfrieden eigentlich ist mit extremen Reichtum und da ist dann Moritz natürlich genau die richtige Stelle. Und ich habe mir eben in der Pause vorgenommen, dass ich das ab jetzt ablege. Ich werde kein No-Lie mehr sein, sondern auch ein Po-Lie und auch das, was die Geldthemen angeht. Und ich werde das jetzt feiern, dass ich hier in einem mega reichen Ort bin mit schweinreichen Menschen und mit extrem viel Luxus und werde das einfach positiv als positive Lebenseinstellung mitnehmen. Danke dafür, lieber Ernst.